Liebes Tagebuch, mein Leben ist oft so kompliziert, dass ich gar nicht weiß, wo ich anfangen soll. Der Zustand unseres Hauses, also das sind Zustände hier, dass es überhaupt noch steht, grenzt an ein Wunder. Alles ist in einer so fahrlässigen Ordnung. Meine Nachbarn sind mir vollkommen fremd. Ich kann kein vernünftiges Wort mit ihnen reden. Das ist ein post-apocalyptic, dystopian fucking Nightmare. An offensiv twat, being an offensiv twat, offensiv at an atomic level, a ticking fucking time. A fucking lunatic. He's an asshole. He's a fucking asshole. He's a liar. He's not a straight talker. He's an adolescent liar. Dieses verfluchte Haus wird eines Tages über unseren Köpfen zusammenbrechen und wir werden sterben. Aber niemandem scheint das zu interessieren.